hallo und herzlich willkommen zurück zu korn ex-salz vorweg zwölf ja wir sind immer noch in der krokodilhöhle nein es ist ein grab das ist keine hülle und die sind gespawnt ja in der zeit wo wir jetzt drauf gewartet haben dass die aufnahme speichert sind die jetzt alle hier wieder nach und wir haben essen aber wir haben und ein was denn er kann er kann er hat sich geschlossen kornel ist tot super kornel ist aufgestürzt und legt sie bewusstlos rum ja schön spielbeitritt wird versucht ja schön hast du ruhig zeit höhe so jetzt wird geladen kleide dich dem wetter entsprechend was geht ja man kann dann sterben glaube ich also hier so in den feuergebieten also wenn du dann halt keine richtigen klamotten anlass oder gibt es auch irgendwie ein gebiet was kalt ist stimmt ja das ist auch öfters im ladebildschirm dann stirbst du bestimmt warte mal es geht gerade ein bisschen schlecht hallo auch hier ich kann den nicht töten jetzt wird erst mal ein bisschen gegessen ich hatte gedacht ich sterbe jetzt wird jetzt mal fleisch gegessen hast du vielleicht auch ein bisschen gebraten fleisch hast du eben noch ein bisschen gebraten das fleisch geholt du hast doch 50 von mir bekommen ja ist das schon leer nein ja ich habe noch 100 etwa im ofen aber ich habe auch noch ein bisschen was dabei jetzt brauchst du nehmen diese prägen hier hast du vielleicht ein bisschen platz in deinem inventar bist du überlastet ja ich habe auch 80 80 prozent über das ein bisschen fleisch vielleicht an dich nehmen also rohes fleisch es freut ihr gerade den berg unter aber ich glaube wenn man regeneriert man sich nicht so gut oder ne denn die jene riechert die spurt in dem ich gerade gar nicht nicht geht obwohl ich esse komisch wir müssen aufpassen dass sie nicht gleich spawnen und sein Prozent die Fluchtweg abschneiden so wie Korn in Koffeig so wie Korn Korn aus man kann so vielleicht in den Linken holen gerade mal angreifen Vorsicht Vorsicht aus 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 als meine sich hin jetzt auch wieder schon nach 15 gleich als ob ich habe noch 50 ich vielleicht ich bin ein großer Junge ich brauche halt ein bisschen bisschen vegane kost so ich habe ja auch eben gegen drei Krokodil gleichzeitig kämpft das hat schon ein bisschen aus aus kostet okay warte man zu spät zu spät du hast ihn angetrickert ja ich mag jetzt müssen wir zu weit nach vorne gehen Aua der ist mir jetzt auch voll entgegengesprungen das ist so schnell oh Gott voll reingerahnt ja ja ich habe gerade gewartet andere war hinter mir her komm du den Rest das ist das total hier dann wenn du so viel essen verbrauchst oder das ist ja eins gespawnt was macht das eigentlich den ganzen Tag hier drin rumstehen warten bis einer kommt oder was ja oh hey ich bin cool ich bin größer als hier pass auf größer als die anderen da ist wieder einer recht mit dem wir sollten hier noch nicht sein es ist fast tot was das was du hattest war okay los tötet das auch ich habe keine Pfeile mehr au ich habe jetzt auch genau 15 hast du Pfeile? äh ich habe zwei hier oh danke und hier nochmal vier okay das sind aber Eisenpfeile die machen ein bisschen mehr Schaden ich habe äh irgendwie Knochenpfeile oder sowas ach die kann ich vielleicht auch herstellen grad ich habe ein bisschen beeilen ich habe ein paar ich habe ein paar komm jetzt machen wir die fertig voll so hm sieht schon voll böse aus da mache ich gar keinen Schaden oh ach ach auch Mist der Insekten gestorben die hat mich gewonhittet hey aha habe ich jetzt erst gemerkt ja dann müssen wir jetzt wieder hin ich brauche meine sachen ja ach nee warte mal du brauchst einen sachen ich habe meine sachen ja mal bitte kurz stehen und der server lag gerade ja ich merke hatte ich doch recht gehabt dass er nicht hin sollen hatte ich mal wieder recht gehabt jetzt haben wir geschafft aber die die den den boss nicht warte mal ich brauche noch ein bisschen holz gerade was machst du denn ich brauche ein bisschen holz ja noch essen ja aber das verschimmelt dann wie war das über das bruch nach eisen ja kommt wir sollten uns auch noch mal eine bessere waffe machen ja das prinzip war dass die in ruhe ab bis ich meine sachen wieder habe männer hey hinter dir komm da kam die explosion her die können sich doch in die luft jagen wie sie kommen wir rennen weg nicht hin sind wir gerade mal vielleicht ein bisschen früher die flussseite wechseln damit wir nachher nicht halber trinken können wir machen das problem ist ja immer dass es dann anfängt zu haken und zu jetzt mir richtig kalt stand für das warum weil es wasser kalt ist vorangenehm warm jetzt mir wieder warm erst mal gedacht der spielschutz vorab weil dieses standbild dann kam man hat genau dem alligator in den mund geguckt ich hab da noch ein bisschen den angegriffen ich habe aber gar keinen schaden gemacht das heißt wir sollten da nicht sein du holst schnell dein zeug und dann gehen wir wieder weg jo also rennt wirklich dran vorbei jo da macht er nicht eine schmerzen ich brauche ich probiere jetzt mal okay ich bin ja gestorben wie kann das denn jetzt sagst du mir wo das war ich glaube noch eins weiter ne ne es war hier ist einfach nur geradeaus aber cool dass der geist uns heute hingeloggt hat soll ich ob es hier oben oder unten war das ist noch eins weiter bin ich mir sehr sicher dass ihr noch nicht ja ich dachte wenig da oben schon mal auf die map das hat auch hin ich sehe da hinten nicht wo du gestorben bist guck mal kann das stimmt das kann manns grab das ist ja voll weit weg noch die sind noch weiter nach rechts gelaufen ah da hinten ist was du alt da ist ähnlich aus wo es ist schöne ego perspektive an bist du denn na auf dem weg dorthin wo bist du ich bin ja was noch im laufen ich bin weiter oben ich bin schon weil sie dich sommer diesen kurs brücke oder was soll das sein es war meine entscheid noch weiter rechts so wir sind für jeden gewalt da oben sind menschen diese höhlen menschen einfach an die wand gesprungen und dann wird er da hochgeklettert er muss mit den zehn festgekalt hier waren wir schon mal wir haben uns sehr beliebt gemacht wir sollten nicht gehen vielleicht ist ja irgendwo eisen ist aber egal jetzt kommen sie mal gleich ob hier eisen ist oder nicht aber hier sind sehr viel spinnweben ich habe spinnfäden mit tja hörst du nicht auf mich aber damit können wir irgendwas herstellen seite bitte nicht doch hatte ich bin der würde mir jetzt hier krabbeln war das hier so ja hier ist es dass wir alles nachgespawnt das weißt du schon ja ich glaube das reinlaufen ist kein problem ist ja rauskommen ist die andere frage vor allem ich bin auch fast direkt vor ihm gestorben das heißt ein hat und ich bin wieder tot alles ich bin tot hat sie vielleicht ne ok macht keinen sinn ich werde sofort hier mit gespawnt das problem ist du stirbst hier eigentlich schon bevor der antwoche der aufschlag kommt vor der welt getroffen wirst ja ich glaube die sachen sind weg oder mhm hattest du was wertvoll ist dabei meine ganze ausrüstung ja die können wir neu machen sonst war ja nichts die war ja die war ja eh schon fast kaputt aber das ding ist wir müssen also du machst jetzt dein schwert und so alles wieder mhm und äh dann müssen wir aber erstmal los und eisen holen wirklich ja dann ja dann lass mich soll ich dir das machen soll ich warte ich hier oben hab ich auch noch zeug drinnen beziehungsweise du hattest ja einfach nur also wir hatten ja einfach nur grobe tunika und sowas gemacht das kannst du ja ganz schnell machen ja ja ähm ja lass mal kein äste sammeln gehen was hast du äste ja ich hab äste kann ich dir geben 45 rief doch äh etwas wo bist du drüber hier hinten dir hallo brauchst du dafür nicht hier so pflanzenfaser zeugs ich mach mir erst mal meine ähm achso ich hab auch noch zwei pflanzenfasern davon hab ich ganz viel dabei gehabt hab ich dir äste gegeben hast du äste ja ja gut ich glaube ich bin dankig durch die gegend hm 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 h h h h h h h Zeiten weil folgen bis zum schnell durchlauf profi wenn wir los ich bin hier noch am kraften hast du dich auch ein bisschen zwölf für mich oder so oder pflanzenfasern kannst du dich schnell holen wenn ich hier wiederum schreit du siehst mich mehr das sowieso hier das das und das und das das und sonst war es ja eigentlich nichts mehr wir müssen mal gucken, vielleicht können wir jetzt auch Waffen aus Eisen machen oder sowas ne wir haben noch zu wenig Eisen also wir müssen wir müssen erst wirklich Eisen holen das für Eisen haben wir nicht wie viel brauchen wir denn für das münchen Schwert oder sowas wir brauchen 100 für ähm das abhäutemesser erstmal ok aber ein Stein Doppelschwert könnten wir zum Beispiel machen das macht schon glaube ich ein bisschen mehr Schaden vergleichen oder der macht jetzt gesundheitsschaden 12 unsere jetzige Waffe ich habe jetzt mal ein Stein Doppelschwert hergestellt warte oh warte ja geht die Folge schon? nur so der münchen Zeitung? 25 Minuten etwa ja oh ähm 18 macht das Stein Doppelschwert kannst du dann auch ein Schild tragen? musst du gucken wie kann ich das dann wieder ins Inventar tun? ach warte mal das habe ich uh komm mal kurz wo bist du? wo bist ich bin beim Haus welchen? na bei unserem uh das ist einfach so groß wie ich ist doch mega gut ja wieviel brauchst du dafür? ähm 5 Äste 30 Steine und 5 Zwirn wo kannst du das denn kraften? steindoppelschwert muss ich mal gucken ob du das ähm warte bei ähm bei Schlager 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 Schlager? ja wir Waffen und dann Schläger Stein Hammer Stein Pieke Stein Doppelschwert ah dann machen wir auch mal Doppelschwert das bringt ein bisschen mehr und für nicht so viel jetzt können wir unterwegs machen wir können schon mal loslaufen wenn du magst ok dann habe ich jetzt mal eine andere ähm einen anderen Punkt wo wir hinlaufen wirst du? wo es auch Zeugs geben kann das aber ein bisschen weiter weg vielleicht hier beim altar nicht weiter nicht weiter bei meinem alter ich dachte du redest jetzt über das ich bin hinter dir oh wo bist du? hinter dir wo denn hier ach da ich sehe dich nicht hier ist so dunkel wir müssen hier lang meine andere map sagt nämlich was anderes ich dachte du redest jetzt da wo das eisene ist und da habe ich auch so was für ein altar ich habe jetzt eine andere map geöffnet und die sagt was anderes oh wo es eisen gibt Frage ist welches vertrauensvoller hm Map heißt karte also pink ist sympathischer pink ist sympathischer wo bist du? spring mal bitte ich bin jetzt auf dieser Zwischeninsel ganz nach hinten gelaufen also geradeaus Richtung weiß nicht was da hinten ist ein Turm und da geht ein ganz großes Feuer spring mal gut ich sehe dich hi 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 ja ok es ist ein Zweihänder möglicherweise ok also wir haben uns die beste Tageszeit ausgesucht ja also wenn uns irgendwas in die Arme rennt irgendein Gegner den sehen wir nicht so eine Spinne hinter uns wahrscheinlich verprüben wir uns erstmal gegenseitig mhm Team Team wir müssen jetzt hier den Berg hoch ich sehe deinen Namen hinter mir zu Land und zu Wasser der Luft ich krabbel einfach und du stehst schon auf du bist auf den Boden weiter gekrabbelt du bist auf den Boden weiter gekrabbelt und zum Boden das wird doch immer so schnell Tag ja eigentlich schon ne und jetzt plötzlich nicht vor allem ich habe vor Angst dass hier jetzt irgendein Tier da auftaucht wir laufen glaube ich genau in die andere Richtung als wir das erste Mal immer gelaufen sind ja anhöre der Schamanen ich weiß gar nicht bestimmt heute ein Feuerball ins Gesicht oder so wir laufen gekonnt dran vorbei wir hören was wir sehen uns nicht mal was jetzt gehts wieder ich bin mir sicher dass wir gekonnt dran vorbei laufen ich leite uns ach so ja das heißt schon viel warte um positionieren so jetzt wir müssen aber die Folge eigentlich beenden schon mal 30 Minuten gut dann beenden wir die Folge und machen die nächsten Folge weiter ah aber es ist schon so spät und wir können dann nicht noch eine Folge machen eigentlich ja überlänge ah überlänge es geht heute mal ein bisschen länger haben wir spontan entschieden ich höre Kampfmusik warum nicht mehr oh sieht krass aus ah ah Hilfe also so können wir nicht nebeneinander kämpfen nee ah die krasse ist äh die krasse die ruf ist krass ich kann es hier grad fischer hat möchte ausreiche ähm guck mal hier guck mal hinter dich warte 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 ich würde sagen wir behalten trotzdem noch das kleine schwert weil ähm in engen räumen oder sowas ist das das hier unser tot aber mit dem kleinen doch auch also ich kann mit der großen hier besser kämpfen mit dem hat eine höhere reichweite was mit dem großen schritt haben eine höhere reichweite und machen mehr schaden ja aber ich meine wir machen uns dann halt auch mehr schaden war darauf also ich hab dir keinen schaden gemacht und ist das was angenehm ja was kannst du tief oh Hilfe oh ii was machst du denn oh die ist hier voll schnell das in eisen wäre super und ich bin wieder das ist ja super für so große mengen aber das ist doch knapp hi oha wir sind ja voll krass gerade ja zeichert das ist ziemlich gut nein roll nicht weg komm zurück halt dich fest warte ich wollte nicht gehen ah nein kommt hier einfach angerannt oh da ist wieder ein geist ja wir folgen denen oder ja spinnenkönigin habe ich gehört hier ist wieder eine höhle diese eisen irgendwo sein und ich hoffe nicht dass die ist da drinnen meinen oder so ah wie denn oh Gott weil ich sehe hier keins das sieht ja anders aus als der andere stein ah in den berg runtergefallen mach mal kratz nein hilfe 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 mach mal bitte kratz pfuh katz nee die meinen glaube ich hier oben drauf gehen wir mal hier noch ein bisschen weiter fünf minuten haben wir noch dann so über 40 minuten nee da sind aber vier leute können wir nicht hoch so dass du mich jetzt im stich lässt jetzt ab hey jetzt ab geh doch nicht weg ich hab halt gedacht du bist schon fertig joa ich bin instant fertig die dodgeball ist mir weg die unendliche suche nach eisen mal sehen wir einmal wieder hochkommt ja mal sehen wir weit wieder hochkommen Hast du es überlebt? Ja, ich hab's überlebt. Okay, warte, ich muss kurz was essen. Glaubst du, hier oben ist Eisen? Ich weiß es nicht. Bist du schon oben? Bin schon ein bisschen weiter oben, ja. Weißt du, hier oben kein einziges Stein? Also, die Felsen hier. Nein, noch weiter oben, meine ich. Ich bin aber runtergefallen. Äh, viel höher kommen wir aber nicht. Okay. Also, ich würd sagen, ab hier ist schon Ende. Ende! Na gut, dann müssen wir gleich für nächstes Mal weitermachen. Dann müssen wir versuchen, drumherum zu kommen, oder so. Das dauert jetzt aber, glaube ich, zu lange für diese Folge. Ja. Weil da neben dem Schritt... Das ist gerade doch in der Folge hier runtergelegt. Ja. So. Ja, das sind scharende Hülle. Scharende Hülle. Ja, super, da wüssten wir, da ist ein Spinn drin. Oder unten ist ein Feuer und Lager. So, wenn jemand... Stein. Stein. Ne, ich glaub, das sieht auch anders aus. Wir hatten ja schon mal ein Eisenvorkommen. Das haben wir eigentlich ziemlich instant erkannt. Aber hier ist da nichts. Es ist da einer, hier ist einer. Hier ist ja irgendwo was, im Felsen was anders aussieht als sonst. Na, das ist halt eine größere Gegend, also das ist eher eben hier drüben. Der Fels. Dort. Also der große Fels. Das war doch, das war doch da, wo wir letztens Eisen gefunden haben. Das war doch hier hinter. Hier hinten ist doch der große Tempel. Ja. Da müssen wir da irgendwie hinkommen. Ja, hier ist ja... Ne, da ist ein großes Lager, da kommen wir nicht durch. Bist du dir da drin durch? Fünf Minuten später. Ah, ich bin tot. Nicht nur fünf Minuten. Nicht nur fünf Minuten. Fuh. Ah. 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 Ich darf jetzt verkrüppeln, wenn ich da weglaufen bin. Denk dran, dass du... Komm, komm hier hoch. Wir alle hinter dir her sind irgendwie so ein Hirsch und dann noch... Das Spiel hat sich aufgehangen. Drei Menschen? Bei mir läufst du noch. Ich... Ach so, ja. Und alle anderen... Ja, okay, da soll man sich aufgehangen. Gut, dann, danke schön. Das ist schon. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass wir da dann endlich Eisen finden. Und das hier oben sieht aber eigentlich ganz gut aus. Warte mal. Ja nix, warte mal! Ich hab Eisen gefunden! Da ist doch ein gutes Ende. Ich hab Eisen gefunden. Eisen! Eisen, super! Oh! Hilfe! Ach da, deswegen waren wir letztens mal nicht so lang hier. Mhm. Hier sind voll viele davon. Ich glaub, da sind wir oben lang... ... ähm... ...gelaufen. Ah! Äh! Oh! Ist auch noch Stress! Ah, wie läuft's mit hier? Super, hä? Äh! 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 Spannendes Ende! Äh! Das ist ein Steintier! Der hat Stein! Also wenn ich den... äh... hier, ne? Auseinandergenommen hab, da hab ich Stein bekommen grad. Ah, ich hab smaghaftes Steak bekommen. Hier ist ganz viel Eisen. Gut, dann machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Komm hierher! Hier ist sicher. Da unten wird ja danach gespawnt. Mimimimi! Heische heute, ne? Ja. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Tschüss!